Moin Leute, was geht ab und der nächste kommt zu einer weiteren Folge von meiner FIFA 22 World to Glory. Ihr hört's schon, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Die letzten Tage waren extrem stressig und dazu bin ich auch noch ein bisschen erkältet. Plus, ja, ich bin ja auch in anderen Räumlichkeiten. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen ausschlaggebend ist für den Ton. Ich hab's mir gerade selber angehört, meine Stimme hört sich überhaupt nicht mehr an wie ich selber. Aber ich hoffe und ich denke, dass sich das die nächsten Tage auf jeden Fall legen wird. Ihr seht schon, einmal ganz kurzes Update für euch. Ich bin jetzt, vorübergegenderweise, hab ich hier mein Setup in meiner neuen Bleibe aufgebaut. Ich bin jetzt noch dabei, eine neue eigene Wohnung zu suchen. Dort dann auch hoffentlich wieder mit bestem Internet. Ich weiß noch nicht genau, wie das klappt in Zukunft mit den Streams und so für die Videos und so. Also rein spielen geht auf jeden Fall und Videos kann ich euch täglich bringen. Wie das mit dem Stream ist, da werde ich euch auf jeden Fall noch auf den neuesten Stand bringen. Aber ich war zumindest schon fleißig. Wir haben ein bisschen was aufzuholen heute in der Folge. Und ich dachte mir, ich nutze einfach die Chance, um einfach mal wieder euch zu zeigen, was denn überhaupt abgeht. Ich hab natürlich wenig gespielt, ganz klar. Ich hab gestern allerdings zumindest ein paar Rivals Games gemacht. Und ihr seht schon, ich hab 1,7 Millionen Coins. Ich hab mich dazu entschlossen, das hatte ich euch glaube ich auch schon Ende letzter Woche so ein bisschen angesprochen, so ein bisschen erzählt. Den Dinatale verkauft. Das heißt, ich plane jetzt natürlich irgendwas Neues zu bauen. Ich weiß noch nicht genau was. Schreibt mir da gerne auch Vorschläge in die Kommentare. Den Amavi hatte ich noch gezogen aus einem Forscherpack am Wochenende. Dafür war natürlich Zeit, während des Umzugs mal kurz das eine Forscherpack zu öffnen. Ja und ansonsten waren das alles glaube ich noch Sachen von den Rivals, nee von den Fugelmans Belogen natürlich. Da war ja der Bruno Fernandes und so weiter und so fort drin. Ich hab für heute auf jeden Fall schon mal das 51k Pack erspielt. Das ging absolut fix. Das können wir gleich schon mal abholen. Und wir haben auch noch unser Twitch Prime Pack. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ihr könnt, wenn ihr ein Amazon Prime Konto habt, das mit eurem Twitch Konto verbinden. Dann habt ihr Twitch Prime. Damit könnt ihr auch jemanden beispielsweise im Monat kostenlos abonnieren. Also ihr habt dann dort irgendwie keine Werbung, Emotes. Und ihr könnt dann in dem Fall jetzt als Beispiel mich unterstützen als euren Streamer des Vertrauens. Das machen immer sehr, sehr viele auf Twitch. Und das Konto von Twitch wiederum mit EA verbinden. Ansonsten einfach mal googeln. Ich werde euch den Link auch nochmal unten in die Beschreibung tun, wo ihr dann zur Seite kommt von Twitch Gaming. Ist es dann, glaube ich, wo ihr euch da dann auf jeden Fall anmelden könnt und so weiter und so fort. Und da kriegt ihr zwei geile Player Picks. Wir schauen es uns gleich, wie gesagt, einfach mal an. Ansonsten, ja, dieses 51k Pack gucken wir uns gleich an. Ich habe das Ziel zumindest, eine von diesen Road to the Knockout zu ziehen. Denn ich möchte eigentlich den... Ich möchte mal wieder eine SBC machen. Auch wenn ich jetzt die Natale verkauft habe, eigentlich würde ich gerne diesen Politano machen. Mit dem 2,83 und 3,83 Team wäre der sehr billig. Ich zeige es euch ja mal ganz kurz. Ähm, ich müsste hier für 900 einen Zielinski kaufen. Das sind alles untauschbare Karten, logischerweise. Ich habe ja relativ wenig SBCs gemacht. Bisher die einzige war ja der Koulibaly. Ansonsten fast gar nichts. Und, ähm, das Problem ist, eine Road to the Knockout Karte kostet 30k. Ich habe eine einzige ja im Verein. Und das ist der gute Arturo Vidal. Und ich habe mich jetzt gefragt, ist es das wert, ein untauschbarer Vidal für, ich sage jetzt mal 30k, ähm, abzugeben. Also 30k Tauschbare Coins. So oft zocke ich wahrscheinlich den Vidal nicht mehr. Ja, bin aber dann so ein bisschen der Meinung gewesen, also das ist halt die günstigste Road to the Knockout Karte. Bin aber der Meinung gewesen, nicht so ganz. Ähm, dadurch, dass ich gestern relativ viel Rivals gespielt habe, fehlten mir, also fehlen mir nur noch 4 Spiele für Kruse. Ähm, habe ich jetzt aber für das heutige Video nicht mehr geschafft. Falls wir jetzt gleich eine Karte ziehen, ähm, aus dem, aus den beiden Packs oder so, können wir die natürlich auch gerne, ähm, noch heute abschließen. Ansonsten werde ich es dann wahrscheinlich morgen machen. Morgen haben wir ja auch übrigens, ihr seht schon, wen ich, äh, unter anderem kaufen wollen würde, ähm, ganz gerne. Ähm, morgen würde ich auch ganz gerne, wenn das klappt, natürlich meine beiden Inform Packs öffnen. Es kann also sein, dass morgen vielleicht die Folge ein bisschen später kommt. Hier kriege ich auf jeden Fall sogar einen, ähm, 83 Plus garantiert. Äh, hier, wie gesagt, die beiden Inform Packs. Wir machen einfach mal ganz entspannt die 75 Plus auf. Ansonsten, ähm, hatte ich auch noch überlegt, einen Inform Pack zu machen. Das, äh, wollten wir, also das wollte ich eigentlich zumindest auch nochmal machen. Hier habe ich sogar Harteber. Den könnte ich jetzt sogar, ähm, ja, den muss ich jetzt wahrscheinlich abstoßen. Ich habe ja, ich könnte den Politano eigentlich schon mal fertig machen. Mit der einen. Ist aber egal, diese 80er Karte. Ist jetzt sowieso eh nix wert. Ähm, das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Ganz kurz das Inform Pack. Ähm, da wollte ich auch zumindest eins nochmal abschließen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir ziehen. Einen Vinicius Junior oder wen auch immer. Aber den würde ich natürlich extrem gerne einbauen. Hier haben wir zumindest Kampel, also ein 80er und ein 81er. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall sehr empfehlen, dieses eine Objective zu machen, was ich euch gerade zu Beginn des Videos gezeigt habe. Ist, ähm, extrem nice, extrem sick, weil die Leute gehen eigentlich, also bei mir sind alle rausgegangen. Ich habe jetzt auch, äh, sonst nicht gehört, dass die Leute irgendwo nicht rausgegangen sind. Das war fast zumindest mal ein Upamecano oder Lacroix. Upamecano könnt ihr auch Inform kriegen. Also ich glaube, sehr viele von euch haben auch Inform Packs aufgespart, denke ich mal. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie viele Packs ihr da noch habt. Ich habe ja, wie gesagt, zwei. Ähm, denn ich glaube, in der letzten Woche haben echt wenig ihre Inform Packs aufgemacht. Und ja, am Mittwoch wird dann wahrscheinlich der Markt komplett damit durchgeflutet. Jetzt sehe ich zumindest einen Neapelspieler. Ist gut für die eine, SPC muss ich Zidinski nicht kaufen. War eigentlich sogar ganz nice, das Pack. Deswegen glaube ich halt, dass es, ähm, vergleichsweise günstig werden könnte, das Team of the Week. Aber es könnte ja ein Salah und ein Foden und so weiter und so fort kommen. Ich weiß gar nicht. Und ein Upamecano glaube ich auch. Also da können echt zumindest einige wertvolle Karten drin sein. Deswegen schaue ich da einfach mal, ob wir das morgen vielleicht direkt abends öffnen können. Ähm, erst mal jetzt allerdings, äh, starten wir mit dem seltenen Spielerpack. Da gucke ich mal, ob ich da vielleicht, äh, was Untrauschbares, äh, kriege. Irgendwie ein 83 Plus oder so, dann könnte ich den noch in die andere SPC reinhauen. Oder natürlich ein Raw to the Knockout. Und es gibt sogar ein Walkout. Portugal. In den Verteiligen. Ich dachte, ey, das, 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 das wäre es jetzt gewesen, ne? Ähm, ich habe natürlich jetzt meine, meine geile Leitung, meine geile IP-Adresse, wo ich immer auch, ordentlich Packlack hatte, aufgegeben. Ich hoffe, das, äh, war kein Nachhalt. Und ich hoffe, das, äh, äh, liegt im positiven Sinne an meinem EA-Account hier und nicht an der Leitung. Ansonsten ganz schön wieder umziehen. Das ist zumindest schon mal in den Ruben Dias gewesen. Ist ein 87er. War, denke ich mal, äh, dafür, dass es relativ wenig Arbeit war. Ein gutes Pack, ähm, den Pope, den mache ich jetzt mal ganz kurz in diese 83 Plus SPC rein. Äh, und dann holen wir uns noch einen weiteren Team-of-the-Wieg-Spieler ab. Wunderbar, das haben wir auch, äh, war echt relativ günstig. Also, ich habe sowieso halt, äh, genug im Verein noch gehabt. Denn, wie gesagt, äh, in der Richtung habe ich echt wenig SBCs gemacht. Deswegen nehme ich es jetzt auch einfach mal mit, um vielleicht ein paar Untauschbare nochmal wegzukriegen. Wenn es halt jetzt nichts wird. Was ich persönlich wahrscheinlich glaube, also ich kann euch jetzt nicht empfehlen, die zu machen. Wir, wir probieren aber trotzdem einfach mal unser Glück. Ähm, ich hoffe jetzt vielleicht nicht, dass es ein 75er ist. Ich habe auch sogar einige Informs tatsächlich. Natürlich auch dann irgendwie angehäuft über, über die ganzen Meilensteine-Packs, über die aus dem Season-Pass oder wo auch immer. Ähm, wie gesagt, es kann ein Team-of-the-Wieg-Spieler werden aus Woche 1 bis 5. Schauen wir einfach mal. Wir holen uns ganz kurz den Pop noch ab und dann kommen wir, äh, zum Abschluss der heutigen Folge auf jeden Fall noch zu unserem Prime-Gaming-Pack, wo, wie gesagt, zwei 81-Plus-Picks drin sind. Da hoffe ich dann spätestens, Zwarte, das gibt, äh, einen Brasilianer-Links-Verteidiger. Schade, ich dachte sogar fast kurz Vinicius Junior. Vendel ist aber, muss man sagen, eine gute Karte. Habe ich denn in Rot auf dem Account? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, ist aber, denke ich mal, fürs Pack, okay, ist ein 81er, kann man sogar zocken. Ja, der wird jetzt nicht so viel wert sein, auch hierzu wahrscheinlich jetzt nicht krass ansteigen. Darum ging es jetzt aber auch nicht, äh, so großartig. Das eine Vorstellung kann ich nicht mehr öffnen. Da würde ich sagen, ihr seht es hier, Prime Gaming-Exklusiv-Pack, sieben seltene Goldspieler und zwei Player-Picks. Äh, ein Laie Mbappé ist auch noch mit dabei. Also, mit sieben seltenen Goldkarten, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ziehen wir da auf jeden Fall schon mal gar nichts. Portugiese, wieder Innenverteidiger. Das ist Pepe. Passt gut zu Vendel, passt gut zu, äh, Rum Diaz, der rundet das Ganze ab. Aber das Entscheidende sind, glaube ich, die Player-Picks. Da ist auf jeden Fall der Laie Mbappé. Nicht wundern, leider nur eine Laie. Äh, wir haben noch einen Innenform tatsächlich, noch einen 15-K-Pack. Ja, den Innenform, äh, den behalte ich dann tatsächlich einfach mal, glaube ich, ganz kurz. Den könnte ich dann nämlich auch noch mal reintun, äh, für den guten, für den guten Politano, natürlich. Äh, und dann würde ich sagen, zum Abschluss, Abfahrt, erstes Linke, rein da, Road to Knockout. Komm, Thiago Silva und Havertz. Ja, das ist ein 85er, nimmt man mit, kostenlos. Also, ein 85er, ein Innenform, ein Laie Mbappé und, komm schon, Abfahrt, Niklas Süle. Naja gut, also, insgesamt würde ich sagen, war es okay, war jetzt nicht der Hammer, aber wie gesagt, die Info-Impress kommen ja noch, unsere Rivals Rewards und so weiter und so fort. Ich zeige euch auch auf jeden Fall zeitnah dann das neue Team, was ich mir bauen will. Habe ich mich auch noch selber nicht so ganz entschieden, was ich da machen will. Ich wollte mich trotzdem auch heute auch mal wieder melden, nach einigen Tagen ohne Folge, auch wenn es bei mir relativ stressig war. Heute, wie gesagt, nur mit so einer kleinen Zusammenfassung der letzten Tage. Ab morgen über morgen geht es dann auch auf jeden Fall wieder ganz nochmal weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen fetten Daumen nach oben da. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.